Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ihr wundert euch bestimmt gerade, hm, es ist Sonntag, der 1. Advent, 1. Dezember. Warum hat typisch Cassie ein Video hochgeladen? Sonntag ist nicht ihr Upload-Tag. Ganz einfach, ich habe mir nämlich vorgenommen, im Dezember vom 1. bis zum 24. täglich hier auf meinem YouTube-Kanal, ja, Videos hochzuladen. Sei es Vlogs, seien es irgendwelche anderen Comedy-Videos, seien es einfach irgendwelche Winter-Weihnachts-Videos, alles mögliche, können euch vom 1. also von heute an bis zum 24. an Videos erwarten. Passend dazu habe ich mich natürlich auch selber schon ordentlich in Weihnachtsstimmung gebracht. Sitze hier auch schon mit meinem Weihnachtspulli und meinem Weihnachts-High-Reif. Außerdem seht ihr im Hintergrund auch schon so ein paar, ja, Weihnachtskissen. Und heute dient dieses Video einfach zur Aufklärung. Selbstverständlich könnt ihr auch einen Hammer-Gewinn gewinnen. Und mehr dazu am Ende. Ich werde euch jetzt erstmal erklären, was ich genau vorhabe und auf was ihr euch freuen könnt. Wie erwähnt, gibt es von dem 1. Dezember, also von heute an, bis zum 24. Dezember täglich ein YouTube-Video um 18 Uhr. Das heißt, ihr könnt euch jeden Tag um 18 Uhr jetzt einen Wecker stellen, der dann natürlich auf mein Video hinweist. Denn, ja, es gibt einen super, super, super geilen Gewinn. Denn einer von euch da draußen kann das nigel-nagel-neue iPhone 11 in schwarz mit 128 GB gewinnen. Ich habe hier mein intelligentes Notizbuch. Hier stehen alle wichtigen Infos drin zu dem Gewinn. Und ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie ihr überhaupt dieses iPhone gewinnen könnt. Wie ich ja jetzt schon gesagt habe, vom 1. bis zum 24. gibt es jeden Tag um 8 Uhr ein YouTube-Video. In jedem YouTube-Video wird eine Ziffer oder ein Buchstabe versteckt sein. Das bedeutet, ihr guckt euch das Video an und irgendwo wird plötzlich auf einmal ein B eingeblendet. Oder eine 4. Irgendwo für 3, 4, 5 Sekunden. Und diese Ziffer oder diesen Buchstaben werdet ihr euch notieren. Wenn ihr vom 1. bis zum 24. alle Videos geguckt habt, dann müsstet ihr einen 24-stelligen Code haben. Denn vom 1. bis zum 24. Video müsste ja jedes Mal ein Buchstabe oder eine Ziffer dabei gewesen sein. Und diese müsst ihr euch alle in der Reihenfolge notieren. Am 24. habt ihr einen 24-stelligen Code. Und diesen Code sendet ihr an die E-Mail-Adresse typischxmas at gmail.com. Ich blende sie euch auch nochmal hier ein. Diese Art Verlosung habe ich schon öfter bei unterschiedlichen YouTubern gesehen. Das ist nicht meine Idee. Aber ich fand die Idee super cool. Und genau, somit könnt ihr ein Handy gewinnen. Das heißt also, ihr müsst die 24 Videos gucken, euch den Code notieren und dann einfach per E-Mail diesen Code mir schicken. Ihr könnt natürlich noch was Liebes dazu schreiben oder so. Und in den ganzen E-Mails werde ich mich für eine E-Mail entscheiden, die dann das iPhone 11 in 128 GB und schwarz gewinnen wird. Dabei müsst ihr aber wirklich beachten, dass die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird. Also wenn ein kleines B in dem Video eingeblendet wird, dann muss auch in dem Code das B klein sein und darf dann nicht einfach ein großes B sein. Also ich würde euch einfach empfehlen, macht euch eine kleine Notiz, legt die an euren Schreibtisch und schreibt euch einfach jeden Tag dann den nächsten Buchstaben oder die nächste Zahl dazu. Die Reihenfolge ist natürlich auch sehr wichtig. Also vom 1. bis zum 24. muss der Code richtig in der richtigen Reihenfolge sein. Ihr dürft nicht einfach ein Video überspringen und dann das irgendwo wann anders nachtragen. Das geht so nicht, weil so kann ich ja nicht wirklich gucken, wer wirklich hier alle Videos geguckt hat in der richtigen Reihenfolge und so. Und selbst wenn ihr dieses Video jetzt gerade hier später seht als am 1. Dezember, könnt ihr natürlich immer noch anfangen. Selbst am 24. könnt ihr rein theoretisch nochmal alle Videos durchgucken, denn ich werde den Gewinner erst am 27. Dezember küren. Das heißt, ich werde ganz entspannt meinen Weihnachten verbringen, also meinen Heiligabend und den 1. und 2. Weihnachtstag. Und am 27. das ist ja kein Weihnachten mehr, werde ich mich auf die Couch setzen und einfach alle, alle E-Mails durchgehen und mich für eine E-Mail entscheiden. Eventuell finde ich vielleicht noch so ein Zufallsverfahren, was dann halt eine zufällige E-Mail raussucht. Mal gucken, ich werde mich da belesen und schlau machen nochmal. Aber eine Person wird das einfach gewinnen. Das war es jetzt erstmal zu dem Adventskalender hier auf YouTube. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Ansonsten, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Ich gebe mein Bestes, euch die Fragen zu beantworten. Ansonsten helft euch gerne doch mal untereinander selbst in den Kommentaren. Und das zu dem Adventskalender hier auf YouTube. Aber das ist nicht alles, Freunde. Ihr könnt nämlich vom 1. bis zum 24. auch täglich sogar was auf meinem Instagram-Account gewinnen, wenn das nicht heftig ist, Leute. Ich glaube es einfach nicht. Ja, also hier auf YouTube gibt es einen XXL-Gewinn, sage ich jetzt mal. Und auf Instagram gibt es täglich kleinere Gewinne. Was heißt klein? Da sind zum Teil Gewinne dabei, die auch einfach mal so 200, 300 Euro kosten. Aber das ist gar nicht die Frage. Ich möchte euch einfach was zurückgeben. Und habe ganz viele tolle Partner gefunden, die zusammen mit mir Verlosungen starten. Das sind natürlich auch persönliche Geschenke, die ich natürlich auch selber gekauft habe, unter anderem dabei. Und die ich an euch verlose. Also, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, hier ist mein Instagram-Name eingeblendet. Schaut gerne vorbei, lasst ein Abo da oder folgt mir einfach. Und dann könnt ihr euch auf tägliche Gewinne freuen. Ich bin so gespannt. Vor allem ist meistens dort einfach nur die Teilnahmebedingungen, dass ihr das Foto liken müsst. Einfach ein Kommentar schreiben müsst. Von wegen, ja, ich würde es gerne gewinnen und ein Freund markieren müsst und mir einfach nur folgen müsst. Und das ist einfach gar nichts für manche Gewinne, die ihr dort gewinnen könnt. Genau, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch die zukünftigen Videos jetzt hier gefallen werden. Ich drehe auch dieses Video hier gerade vor. Und auch ein paar weitere werde ich tatsächlich vordrehen müssen, weil es sonst einfach, glaube ich, nicht zeitlich machbar ist. Ich glaube, es ist super stressig. Und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen unterschätzt. Und ich hoffe, dass ich wirklich vom 1. bis zum 24. es tatsächlich jetzt hinkriege, täglich Videos zu hochzuladen. Wenn aber irgendwas nicht klappen sollte, wollte ich euch nur vorbereiten. Guckt bitte meine Instagram-Story. In meiner Instagram-Story werdet ihr über alles informiert. Da seid ihr immer up to date. Also ist es auch so einfach gut, mir auf Instagram zu folgen. Weil da kriegt ihr ja wirklich alles von meinem Leben mit. Ich gebe aber selbstverständlich mein Bestes. Und, ja, hoffe natürlich, dass ihr in den nächsten Tagen viel Spaß mit meinem Kanal haben werdet. Euch erwarten auf jeden Fall Labervideos, Vlogs, lustige Comedy-Videos. Bis wirklich von Videos, Bucketlist im Winter, bis was kann ich meinen Eltern schenken. Oder Plätzchenbacken-Challenges oder sonst was. Super, super coole Videos habe ich mir ausgedacht. Und ich glaube, es wird ganz cool. Weil ich habe es tatsächlich noch nie so gemacht, dass ich jeden Tag ein Video aufgeladen habe. Deswegen bin ich sehr gespannt. Okay, und das war es jetzt auch schon als Aufklärungsvideo. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video auch irgendwie jetzt auch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Vorschläge habt. Weitere Inspirationen. Irgendwas, was mir vielleicht helfen könnte. Irgendwelche Fragen, die ihr jetzt vielleicht noch habt zu dem Ganzen hier drum und dran. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nicht nächste Woche wieder, sondern tatsächlich schon morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Morgen, Abend. Egal, wann ihr dieses Video gerade schaut. Und ich sage Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017